Weißt du, was mein Problem ist? Ich hab noch 20 Guthaben. 75 kostet der Scheiß. Musst mir auch den für 10 holen. Den holst du dann. So behindert. War das nur mit Geld einzahlen? Letztens hab ich das drin bekommen. So weit. Das Grill ist eigentlich auch gut. Aber wir brauchen glaube ich auch den Code. Wir gehen sehr schnell. Und man braucht keine Accounts. Ja, ich will das Ding gut aufladen. Ich probiere das jetzt noch einmal. Und dann muss ich wohl ein neues Ding holen. Ja. Hat paar Mal noch gut funktioniert. Kurz vor dem... Also letzten Monat. Aber jetzt ist es vorbei. Schein vorbei. Okay. Und wieder da. Ja, die haben mich gesperrt. Ich muss den Tannengenerator synchronisieren. Das kann ich aber nicht, wenn der nicht funktioniert. Scheiße. Dann muss ich morgen mal am Nachmittag schnell noch zur Banken. Ja gut, schade. Dann geht das jetzt nicht. Wenn du irgendwas brauchst, sagst du. Mach den Mund auf. Ja, aber ihr könnt ja nicht immer für mich suchen. Das nervt auch. Und ich will ja selber traden. Das ist ja die Hälfte vom Spiel. Macht ja den Spaß aus. Ja, ich meine bis morgen. Wenn du heute noch irgendwas brauchst. Ja, ja, ich zock eigentlich nur gerade, damit ich nicht aufräumen muss. Also es ist schon alles sehr traurig. Damit ich nicht aufräumen muss. Guck mal, den wir gehen. Ja, legendäre Flaschen. Ihr seid ja hart drauf. Habt ihr die Flaschen über oder wird das gesammelt? Ist das viel wert? Ne, das hat gar nichts wert. Das sind ja legendäre Flaschen. Ja, wenn man nichts hört. Du siehst ja, wie oft man die Scheiße droppt. Oh, was muss ich nochmal bei Rechnungsadresse hinschreiben? Ey, geil. Ich glaube, ich nehme hier den Helm aus Quatsch mal mit. Der macht, dass mein Blitzschaden aufhört zu schocken, aber einfriert. Und Feuerdamage schockt und Eisdamage zündet an. Ja, sehr clever. Und 30 auf alle Resistenzen. Naja, aber ich weiß nicht, ob das mir was bringt. Das wäre nur lustig, aber das bringt nichts. Ah, hier ist ein Zauberstab, der ist vielleicht gut. Guck mal, ob das mir Schaden bringt. Moonsorrow. Na, coole Feuerrüstung nützt mir nichts. Gut, ich werde noch kein Geld auf dem Konto haben. Soll ich das morgen verkaufen? Ja, die Zahlen ist, glaube ich, im Portal. Ja, manchmal habe ich das früher, weißt du? Ja. Ja. Es hätte sein können, dass ich das gestern, äh, Montag, äh, Freitag schon besonnen habe. Aber nein. Ja, die bringen mir nix. Ich habe nur gute Gelbe zauberstellt. Ja, ja. Zauber dir gleich mal zwei Ringe um die Augen, wenn du willst. Ja. Ja, kein Problem. Ich schaue hier mir selber auf, habe ich noch mehr Augen. Okay, okay. Jetzt kann ich wieder reinpacken, das bringt mir nichts. Schade. Ich bin ein Level 50er-Ein, okay. Vielleicht habe ich auch noch einen anderen Generator, der funktioniert, damit ich aber dein Haus verlasse. Ja. Ja, pass auf, ey, den Räumen erstmal auf. Dann fällig bin ich in die Ehrkommission. Ja, wie lange brauchst du, meinst du? Drei, vier Stunden. Mal gucken. Dein Ehr? Ich guck mal, ich check jetzt erstmal, wann die Kollegin nochmal kommt, dann mach ich jetzt hier. Ich mach noch weiter. Ich komm mit Sicherheit nochmal später. Ich wollte eigentlich um 8 Uhr anfangen, dann hab ich jetzt einen Battlefront mit einem Kollegen gezogen. Gut, dann bin ich erstmal weg. Bis später. Wir hören uns. Bis später. Ja gut. User disconnected from your town. So. Das war's für heute. 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 See you. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.